Du willst Vermögen aufbauen, Schulden abbauen oder dich einfach finanziell weiterbilden? Dann bist du hier richtig. Hi, ich bin Dennis und ich arbeite seit meiner Ausbildung im Bankengewerbe. Ich kenne die häufigsten Fehler und die besten Tipps zum Thema Finanzen und ich will dir helfen, deine Finanzen besser zu verstehen. Eben diese Fehler zu vermeiden und ich zeige dir, wie du die Tipps bekommst, die dich weiterbringen. Jeden Mittwoch gibt es dir ein neues Video, also jetzt schnell abonnieren.